Dir ist langweilig, es gibt nichts Neues, du spürst dich nicht selbst, dann geh mal auf eine Demo. Dann wirst du die Realität spüren, den Ernst des Lebens wieder erfahren. Und willst du wirklich den Dschungel in dir sehen, dann geh auf die Demo mit Thomas Hörnauer. An meiner Seite wirst du Gefühle durchleben, in Gefühle baden. Du wirst Ängste bezwingen und wieder in die Liebe kommen. Also vom 30. Juli bis 3. August 2020, die königlich heiligen Brüderhausener Gesundheitsdemonstrationstage. Keine Diskriminierung gegen qualitative Minderheit, sei du der Besondere an meiner Seite.